Servus und willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du heute dabei bist bei einem neuen Video, das diesmal ganz im Zeichen Australiens steht. Ich habe ja letzte Woche schon angefangen mit der Serie, dass ich dir Aktien vorstellen werde aus einem bestimmten Land. Ich suche mir da einfach mal sektorenübergreifend irgendwelche Aktien raus, die ich persönlich für interessant finde. Interessant zum Beispiel, weil sie sehr rentitestark sind, vielleicht weil sie hohe Dividenden abwerfen, vielleicht weil sie innovativ sind oder aber vielleicht einfach nur, weil sie sehr volatil sind und ideal zum Traden. Natürlich ist das hier keine Finanzberatung und ersetzt auch keine sonstigen Anlagestrategien beziehungsweise Kurse, die du eben vielleicht selber machen solltest oder Bücher, die du lesen könntest. Aber es ist letztendlich eine Möglichkeit, wo dir vielleicht die ein oder andere Idee gibt, wie du vielleicht, in was du vielleicht investieren könntest. Vielleicht ganz kurz zum heutigen Tag. Du weißt ja, ich habe mittlerweile umgeschichtet auf, ich sage mal, seriös, derzeit getreu und weniger riskant. Das heißt, weniger Penny Stocks, weniger Trading, sondern einfach nur hier monatlicher Sparplan, ein paar ETF, sehr zukunftsorientiert und sieht heute sehr gut aus. Ich habe jetzt übrigens am Freitag kein Video gemacht, da ging es ein bisschen bergab. Also da war es vielleicht nur 1-2% Minus. Heute ist so gut wie alles im Plus. Summa summarum 0,87%. In der Woche bin ich noch stark im Minus, also stark im Vergleich. Ich meine, früher da war 2,59% ein Atemzug. Zack, 2,59% Minus oder umgekehrt. Und wie gesagt, am Freitag, da ging es dann eben mal kurzzeitig mittags mit den Amerikanern wieder bergab. Das passiert mal, aber wie gesagt, es kommen, wie es aussieht, vielleicht auch wieder gute Zeiten. Bleiben wir einfach mal gespannt. Überspringen wir aber jetzt mal dieses Vorspiel hier und schauen wirklich mal in die Aktien, die ich mir mal angeschaut habe. Einige, die wirst du schon kennen, wenn du den Kanal regelmäßig folgst. Wenn nicht, dann folge ich ihn am besten jetzt. Vielleicht mit einem Like beziehungsweise einem Abo. Und wir schauen uns mal an. 88 Energy. Ich will auch ganz kurz dazu sagen, die Aktien, die ich hier zeige, das heißt nicht, dass die unbedingt gut sein müssen oder dass die sehr potent sind. Das heißt einfach, dass ich sie interessant finde. Das ist sehr subjektiv. Das solltest du wissen. Aber ich lese es immer wieder in den Kommentaren, dass einige Ideen, die ich hier vorstelle, auch Anklang finden. Und das freut mich natürlich. Und vielleicht ist auch was für dich dabei. 88 Energy, das kennst du natürlich. Die habe ich dir auch schon einige Mal vorgeschlagen. Da geht es eben gerade hauptsächlich um Öl- und Gasexploration. Und da steht eben viel Land dahinter. Also das ist jetzt in unterschiedlichen Gebieten. Hier zum Beispiel auf dem Festland in Alaska. Und da kann man sich eigentlich denken, worum es da geht. Ich meine Öl und Gas und eben fossile Brennstoffe. Da ist jetzt die Marktkapitalisierung bei 234 Euro und 234 Millionen Euro. Das ist natürlich sehr wenig im Vergleich zu anderen Riesen aus der Branche. Und dementsprechend kann es natürlich sein, dass es relativ schnell mal wie so ein Strohfeuer hochschießt und auch wieder runtergeht. Gerade am Anfang des Jahres haben sich da sicherlich viele, viele, viele die Finger verbrannt. Schauen wir uns mal weitergehen in den Bankensektor. Und zwar hier zu Australien und Neuseeland. Die Australia und New Zealand Banking Group. Die habe ich rausgesucht, einfach mal, weil es eine andere im Sektor ist. Und in dem Fall ist die Strategie, wenn du da rein investieren willst, auch eine andere. In einem Jahr 21 Prozent gemacht. Und ansonsten siehst du ja über Jahre hinweg, krebst die eher so bei Minus rum, bei 18,65 Prozent im Minus. Aber hier musst du beachten, hier gibt es eben auch Dividende und zwar 5,25 Prozent, was schon ziemlich ordentlich ist. Und das schon über eine längere Zeit und zwar immer im Dezember, September, Juli. Gut, okay, ich kann da jetzt noch kein Muster erkennen. Zweimal im Jahr auf jeden Fall. Warum das jetzt einmal im Juli ist und dann im September war, das war vielleicht ein Ausrutscher wegen Corona. Ansonsten auch hier Analysten, die sagen, ja, kaufen, wobei ich da vorsichtig oder skeptisch bin. Ein paar Sagen nach halten, beziehungsweise einer sagt verkaufen. Da natürlich immer selber nachrechnen. Erstens weiß ich natürlich auch nicht, von wann sind die Analystenbewertungen. Ich wiederhole es immer, immer, immer wieder. Und zwar, wer sind die Analysten? Wie kommen sie eben auf ihre Bewertung? Und vor allem auch, wer finanziert die? Das ist natürlich auch wichtig. Aber hättest du da jetzt eben über die Jahre immer deine 5 Prozent rausgeholt, beziehungsweise wärst vielleicht hier billig eingestiegen und dann steigt es wieder und dann werden die 5 Prozent Dividende dementsprechend natürlich auch höher. Kann natürlich ziemlich interessant sein, wenn du auf so Aktien stehst, dann eben gehört es ins Nest für ein Dividendenportfolio. Australian Vintage habe ich mir rausgesucht, mal um es dir zu zeigen, weil es eben ein ganz anderer Sektor ist mit Marktkapitalisierung von 120 Millionen, Entschuldigung, ist es natürlich ein Fliegengewicht. Da geht es eben um die Weinherstellung, Weinmarketing und Weinbergmanagement. Auch wenn es viele nicht wissen, Australien hat durchaus auch interessante, gute Weine. Und ja, also wenn du dich wirklich interessierst für diese Thematik, dann schaust du dir durchaus mal an. Weiß nicht, vielleicht ist da auch durchaus in der Zukunft was drin. Ich persönlich kann natürlich da jetzt keine Empfehlungen geben, aber finde es auf jeden Fall nur vom Kursverlauf schon mal ziemlich interessant. Da geht es hoch, da geht es runter. Könnte eine Aktie zum Traden sein, vielleicht aber auch was Langfristiges. Und was man sieht, am Ende des Jahres gibt es hier auch eine Dividende, in dem Fall jetzt hier 3,58 Prozent. Was ich persönlich jetzt ziemlich interessant finde, weil häufiger hat man bei uns in Deutschland Aktien, die mehrere Milliarden am Markt kapitalisiert sind und dann oder auch nicht Dividenden ausschütten. Und für so ein kleines Unternehmen, finde ich, ist es schon ziemlich interessant. BHP Billton, die kennt man vielleicht eben aufgrund der Größe. Ich habe da auch schon mal ein Video gemacht mit den zehn größten Aktienunternehmen der Welt von 1998 an. Und da war BHP Billton auch schon dabei. Das ist ein riesengroßes Unternehmen und zwar auch im Bereich der Rohstoffe. Wir sind Hersteller von verschiedenen Rohstoffen wie Eisenerz, Metallurgischen, Kohle, Kupfer und Uran. Erdöl, Kupfer, Eisenerz und Kohle steht hier dabei noch. Und das Interessante ist eben, Australien ist eben, was die Bodenbeschaffenheit angeht, sehr, sehr, sehr reichhaltig. Da ist auch ein unglaublich großes Land, eines der größten der Welt. Und da kannst du eben sehr, sehr viel auch gewinnen an solchen Rohstoffen. Und wenn du dir mal anschaust, was eigentlich interessant ist hier, ist die Dividendrendite von 10%. Also ich denke, viele, die da wirklich drin sind in diesem Unternehmen, holen sich das eben wegen der Dividende. Und das gibt es zwei, manchmal sogar dreimal im Jahr. Und das finde ich schon ziemlich erstaunlich. Schauen wir uns mal an, wie der Verlauf ist. Und jetzt denkt man bei 10% Dividende. Da hast du wahrscheinlich über Jahre hinweg rote Zahlen, Pustekuchen. Und selbst 2020, als es mal Corona-bedingt runterging, ja, da war es der Fall natürlich schon heftig, wenn man überlegt von knapp 25 auf knapp, Entschuldigung, knapp 14, also fast um 50%, weil die Werten, die sind ja meistens, da gab es ja, das sind ja die Tagesendwerte. Also da war es bestimmt auch mal bei 26 und unten vielleicht auch mal bei 13. Also bestimmt 50% gefallen, aber es ist auch relativ wieder schnell gestiegen. Und also das ist schon ein Unternehmen, wo man vielleicht, wenn man wirklich auf Dividenden steht, sich überlegen kann, ob man sich sowas ins Nest legt. Hazer Group, auch hier ein Unternehmen, das ziemlich klein ist. In Relation gesehen natürlich eine Achtel Milliarde. Sprich, da sind wir bei 124 Millionen Euros. Und da geht es eben, das ist eben auch ein Spezialist für die Vermarktung Unternehmen. Also das Unternehmen ist in der Forschung und Entwicklung von Grafit- und Wasserstoffproduktionstechniken tätig. Und das Interessante ist hier, wie es weiter steht, das Unternehmen nutzt den Hazer-Prozess. Und das ist eben für nicht verarbeitetes Eisenerz als kostengünstigen Katalysator zur Aufspaltung von Erdgas, um Wasserstoff und Grafit zu erzeugen. Und ich denke, man kann sich schon ziemlich gut vorstellen, wo das hinführt und in welche Richtung das genutzt werden kann. Und ich lese hier raus, dass es aber auch noch, ich sage mal, steht ja hier auch in der Entwicklung ist und in der Forschung, das heißt es natürlich selbstredend immer mit dem Risiko verbinden, dass diese Forschung jetzt zum Beispiel, dass dieses einzelne Teil vielleicht nicht funktioniert. Ich meine, dann hat man die Erkenntnis, es hat nicht funktioniert. Und unter Umständen kann es natürlich dazu folgen, dass eben auch das Unternehmen stark dann darunter leidet, weil eben keine Erfolge kommen. In dem Fall ist es natürlich so, das Unternehmen, wenn wir mal maximal den Wert angucken, gibt es jetzt seit letztem Jahr zumindest hier bei der Trade Republic, ist megamäßig gestiegen und ist wieder gefallen. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht dann mal so eine Art Lauffeuer gab, dass es hießen hat, ja, pass auf, hier hast du, dass es eben hieß, dass hier zum Beispiel jetzt neue Forschungsergebnisse kommen, deswegen steigt es. Oder dass es eben so ist, dass es eben nur gehypt wurde auf irgendwelchen Social Media, weil wie gesagt, 124 Millionen, da reicht eigentlich schon eine kleine Böe, um das Ganze große, ja, zu, ja, orkanartigen Veränderungen zu bewegen, ja. Und wir gehen aber mal weiter und schauen uns jetzt mal Lake Resources an. Das ist mit 609,5 Millionen deutlich größer als zuvor Hazer. Und hier sind wir jetzt auch wieder im Bereich Exploration und Entwicklungsunternehmen, das sich eben auf drei Lithium-Sole-Projekte befasst. Und das sind dann eben hier Lithium-Pachtverträge und da geht es um 180.000 Hektar. Also man muss sich vorstellen, ein Fußballfeld, das 100 Meter lang und 50 Meter breit ist, hat quasi 0,5 Hektar. Hier geht es quasi um 360.000 Fußballfelder Fläche. Und das ist dann natürlich ziemlich interessant. Und gerade hier geht es dann eben auch viel Forschung. Und Lithium, das ist, denke ich, selbstredend momentan, wenn es da um Elektroautomobilität geht, ist das sicherlich da dann ein ganz großes Verwendungsgebiet. Aber auch andere Bereiche, also gerade so in Bereichen Akkumulatoren, Batterien etc. Und interessant ist auch hier, dass es unglaublich volatil ist. Das bringt der Markt so mit sich jetzt in einem Monat 30 Prozent gefallen, aber in dem Jahr satte 1060 Prozent gestiegen. Und das ist natürlich einfach unglaublich. Wenn man überlegt, über Jahre dümpelt es so hinweg, war teilweise bei 2, 3 Prozent, bei einem bei 0,7 Cent. Und plötzlich ist es mal zeitlich bei über 60, beziehungsweise unten kann man sehen, 52 Wochen Spannung, bei 74,5 Prozent gewesen. Angenommen, du hättest es eben jetzt billig kaufen können für weniger als 1 Cent und dann steigt es auf über 74 Cent, dann hättest du ja eine sagenhafte fast schon Verhundertfachung gehabt. Also 1.000 Euro reingesetzt, 100.000 raus und dann hättest du zack 73.000 Euro Nettogewinn ungefähr gemacht. Das ist ja sagenhaft. Aber wie gesagt, das Risiko, dass halt hier ein Unternehmen vielleicht auch mal komplett in Bach untergeht und du mit gefühlt 250 kmh dein Ferrari an die Wand setzt, ist natürlich möglich. Wobei, du würdest natürlich gut splitten. Und wenn es nur 1.000 Euro sind, dann ist es ja prinzipiell auch gar nicht so schlimm. Aber wie gesagt, das ist auch wieder jetzt ein Thema Rohstoff. Aber Australien ist eben unglaublich reichhaltig. Ich wiederhole es nochmal an Bodenschätzen. Und deswegen gibt es da eben viele Unternehmen. Und ich zeige dir bewusst dementsprechend auch, welche, die in dem Bereich tätig sind. Und wir schauen uns jetzt mal die, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Lioness Rare Earth. Und schauen wir uns erstmal vielleicht an, was das ist. Interessant, in Malaysia ansässiges Unternehmen ist schon ziemlich interessant. Und da geht es um Verarbeitung und Gewinnung von selten Erdmineralien, hauptsächlich in Australien und Malaysia, sowie die Erschließung von selten Erdlagerstätten. Und das Interessante ist aber, was mir jetzt schon aufgefallen ist, bei mehreren solcher Rohstoffunternehmen, dass die ihre Explorationen oder ihre Pachtverträge gar nicht im eigenen Land haben, sondern oftmals in Afrika oder in Asien so gefühlt, dass die eben outgesourcet werden mit billigen Arbeitern und dann eben teuer verkaufen. So ist leider das Geschäft. So ist leider diese kapitalistische Industriegesellschaft, Globalisierung genannt. Und was man moralisch davon hält, da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber Analysten, die sind der Meinung, dass sie nicht wissen, was sie wollen. Die eine sagen, kaufen, andere halte, andere verkaufen. Zwei, zwei, zwei von sechs Analysten abgedeckt. Und wenn wir uns aber mal den Verlauf angucken, dann hättest du deinen Einsatz in diesem Jahr mehr als verdoppelt und auch so seit dem Anfang mit, also seit den letzten fünf Jahren, mehr als ver-13.000-facht. Wobei ich nicht genau weiß, wie dieser große Sprung hier von 12 Cent auf 1 über 20 zustande kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch so ein Split war oder irgendeine Art, die diesen großen Sprung zur Folge hatte. Weil so eine Verzehnfachung innerhalb eines Tages oder eines ganz kurzen Zeitraums, vielleicht gab es da einen ganz großen Sponsor beziehungsweise einen Großaktionär. Ich weiß es nicht, aber das ist schon ziemlich merkwürdig. Und ich glaube, ich brauche aber nicht erwähnen, dass sowas natürlich hoch riskant ist. Wir gucken uns jetzt mal was anderes an. Die National Tire and Wheel. Da geht es um die Herstellung von Reifen, aber nicht nur die Herstellung, sondern die liefert Produkte an Reifenhändler, Autohändler und mechanische Reparaturunternehmen, Kfz-Zubehörsteller und eben auch an Caravan-Hersteller. Und da gibt es eben Reifen und Räder, nicht nur für alle möglichen Arten von Pkw. und das in Gauerns Australien und Neuseeland und Südafrika. Und wenn man sich jetzt mal so überlegt, dass das hier am Markt auch schon mit 100 Millionen kapitalisiert ist, kann man sich davon ausgeben, dass es auch in dem Sektor ziemlich groß ist. Also natürlich jetzt kein ganz, ganz großer, aber ziemlich groß, würde ich sagen. Und 74 Prozent in dem Jahr, 256 Prozent seit der Corona-Krise. Ich will aber allerdings an der Stelle auch darauf verweisen, dass ich jetzt natürlich nicht weiß, wie die Beschaffung ist von dem Unternehmen, also von den Reifen und ob jetzt Kunststoff natürlich langfristig noch eine Chance hat. Also wenn es das zum Beispiel aus Kautschock ist, vielleicht gibt es ja dann irgendwann aber auch schon Unternehmen, Unternehmen, die eifrig dabei sind, um zum Beispiel, ich sage jetzt mal, natürlich abbaubare Reifen und Räder herzustellen. Da kannst du dich natürlich selber mal informieren. Da gibt es bestimmt auch schon interessante Dinge. Und was mir hier auch auffällt, auch hier haben wir eine Dividenderendite für so ein, in Anführungszeichen, kleines Unternehmen. 5,8 Prozent. Das ist schon ziemlich interessant. Vor allem, wenn man jetzt mal überlegt, angenommen, du hättest dir jetzt im März 2000, gerade da, wo alles so tief war, für 13 Cent diese Aktie geholt. Für 13 Cent. Und hättest jetzt eben schon eine Dividende nur in diesem Jahr von 2 und von 3 Cent bekommen, also von 5 Cent, dann hättest du ja schon, wenn du für 13 Cent gekauft hättest, fast 50 Prozent, also ungefähr 40 Prozent, eine Dividende. Das wäre ja sagenhaft. Dann könntest du diese Aktie langfristig halten und wenn du Jahr für Jahr, ich sage mal, immer rumkrebst bei diesem Wert jetzt, wo er jetzt ist, ungefähr eben bei diesen 86,5 Cent, dann würdest du halt immer deine fette Dividende abkassieren. Dann wäre es ja schön blöd, wenn du es verkaufen würdest. Novonix habe ich dir noch hier, wo ich dir vorstellen will. Das ist ein Unternehmen, da geht es eben auch um die Lieferung und Entwicklung von Materialien, Ausrüstung und Dienstleistung für globale Lithium-Ionen-Batterien. Also Lithium ist in Australien in diesem Jahr natürlich sehr, sehr gehypt, nicht nur in Australien, weltweit. Du hast ja auch zum Beispiel Australia Lithium, das habe ich dir jetzt hier nicht vorgestellt. Das hast du in einem anderen Video schon mal gesehen. und die hatten natürlich auch in dem Jahr eine brutale Performance, sind übrigens auch noch gar nicht so lange dabei. Also jetzt vom 23.8. hier bei der Trade Republic, aber die schießen momentan alle durch die Decke. Wir gucken uns noch mal kurz an Vulcan Energy. Die habe ich dir auch schon mal vorgestellt mit 331 Prozent momentan, 77 Millionen am Markt kapitalisiert. Die haben eine richtig gute Analystenbewertung und da geht es eben um Kupfer-Zink-Projekten und das ist eben in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel in Süd- und Mittel-Norwegen. Wir gucken uns Firefinch an, auch das habe ich mal thematisiert gehabt. Unglaubliche 475 Prozent in diesem Jahr und das Interessante ist hier, die befassen sich auch mit Lithium, aber auch mit Gold und haben ihre Städten in Westafrika unter anderem. Und das Letzte, was ich dir vorstellen will heute ist, wie spreche ich das aus? Intrepid Potash vielleicht? Potash? Ich habe keine Ahnung. Das ist es so mit den Namen, wenn man die Unternehmen nur vorstellen will, aber jetzt nicht in- und auswendig kennt. Schau dir die auch mal an. Die finde ich persönlich ziemlich interessant, weil eben die Analysten da ganz klar der Meinung sind, verkaufen, aber die Anleger sind ganz anderer Meinung. Da ging es erst mal stark bergauf, weil die Analystenbewertungen sind mit Sicherheit schon ein bisschen älter und es muss ja einen Grund geben, dass es so gestiegen ist und vielleicht kannst du da auch mit Trading ein bisschen geschickt noch was rausholen oder wenn du halt den Analysten Glauben schenken magst, kannst du da vielleicht auch auf fallende Kurse setzen, wenn das dein Broker anbietet und kannst dir sicherlich auch die ein oder andere Mark extra verdienen. Aber wie gesagt, hier immer Obacht geben. Und auch das hier gehört jetzt zum Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Hier steht was von Agrarmarkt oder anders gesagt, hier geht es um Kaliumchlorid oder Kali und Kaliummagnesiumsulfat in den Vereinigten Staaten und dann geht es wohl um Düngermittel. Jetzt steht halt oben was von Gastgewerbe und Touristik. Jetzt weiß ich nicht, was das soll, wenn ich ehrlich bin. Ob das jetzt ein Fehler ist. Hier steht noch was von Tierfutter im Markt beziehungsweise Nahrungsergänzungsmittel. Aber was das jetzt und es produziert Kali aus drei Solarverdampfungsanlagen. Okay, ich gehe davon aus, dass Gastgewerbe und Touristik hier einfach nur ein Fehler ist. Auch ein ziemlich spannendes Unternehmen und ja, ich habe dir 13 Stück kurz vorgestellt. Ich glaube, dein Kopf, der wird jetzt rauchen. Schau dir mal in Ruhe an, was dich da interessiert. Wie gesagt, ich habe dir was gezeigt zum Thema Rohstoffen, zum Beispiel Lithium oder Gold oder Uran oder Kupfer und Zink. Aber ich habe dir auch was gezeigt zu Öl und Gas. Nochmal zur Wiederholung. Ich habe dir eine Bank gezeigt und du hast was gesehen über Wein, wie Australian Vintage. Mit Reifen habe ich dir was gezeigt, aber auch mit Wasserstoff und Grafit, die Hazer Group. Ansonsten denke ich, liegt es an dir, ob da was für dich dabei ist. In diesem Sinne, viele Grüße und hoffentlich bis bald, wenn ich dir ein neues Video zu einem neuen Land zeige. Bleib gesund und schlaf gut. Ciao.